Jo, auf Wiedersehen. Willkommen bei Biber. Ich bin wieder in jeder Folge wieder im Sommervideo. Ich war in der Zeit abgelaufen. Zum Beispiel habe ich euch ganz, ganz für die Nachrichten gelegt. Zum Beispiel gehe ich in die BMW. Zum Beispiel ist die Pumpe kaputt gelegt. Ein bisschen seht euch mal, wie der ganze abgelaufen ist. Ich würde mal sagen, wie mehrmals die ganze Wolken hier. Weil die Wolken fahren schön. Also, wir sind losgefahren. Also ich, also mein Papa war da erschessen. Ich war nicht da, Leute. Weil ich war nach Hause. Also wir sind ein bisschen losgefahren, also Erdnotgefahren. Dann wollte ich einkaufen gehen. Und dann ist er festgestellt worden, dass das Auto irgendwie komisch geworden ist, glaube ich. Das heißt, das Auto ist dann warm geworden. Dann haben wir festgestellt, dass hier, ob ihr erkennen kommt, hier die Pumpe. Dann ist die Pumpe kaputt, Leute. Ja. Also mit dem Motor haben wir eine Mittelton-Locke. Mit dem haben wir auch eine Mittelton-Locke. Keine Frage. Ist morgen Motor kaputt. Dann ist die Pumpe kaputt, Leute. Ja. Deshalb müssen wir jetzt bei Ebay, müssen wir mal eine Pumpe bestellen. Bei mir macht die Koppen ja voll egal, wer geht mit unter Preis. Ich gehe ja unter Pumpe. So. Jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwie perforieren können. Sobald wie Ebay, Sachen bestellen, sobald wie. So. Ihr könnt euch gerne mal in den Kommentar schreiben, wie ihr gefunden habt, eure Meinung ist. Und wenn ihr mal weitere Fragen habt, Vorschläge habt, könnt ihr gerne mal in den Kommentar schreiben. Also ich fand es nicht so schön, Leute. In meinem Namen nach. Mein Papa findet ja auch schön, weil das Auto ist ein blieb Auto, Leute. Weil die BMW ist ein gewünschtes Fahrzeug in meinen Kindjahren, Leute. Ja. Weil ich habe viele Kindjahre mit euch erlebt, Leute. Ja. Ich habe schon, ich glaube, in Gefängnis 7 Jahre bin ich so, Leute. Ja. 5 Jahre bin ich so ein gewünschtes Fahrzeug, Leute. Oder 6 Jahre sogar. Der Kollege macht es so richtig, Leute. Der muss auch mal, er macht werden. Wie ihr so anfühlt, als wenn ich die Hand so halte ich den Motor oder die Pumpe so warm, Leute. So. Also, als ihr fahrt mitgegangen, mal zusammen. Wir gehen mal weiter vor. Also, als ihr fahrt mitgegangen, mal zusammen. Also, ihr müsst eine Pumpe, ihr müsst euch eine Pumpe stellen. Auf Ebay. Ich hätte euch gerne mal in die Bibelschreibung gehofft. Ich suche euch mal in die Bibelschreibung, mal in die Linken. Also, ich finde es sehr komisch, dass die Pumpe einfach weggegangen ist, Leute. Also, mit dem habe ich mitgegangen, Leute. Ja. Weil der BMW ist auch sehr, sehr teuer, Leute. Ja. Der kostet genauso viel wie eine Kustikasse, Leute. Ja. Weil die Kustikasse, wo ich holen will, kostet zwischen 890 und 880 Euro. Das ist so meine Einschätzung. Also, ich finde es nicht so schön. Die Aussage ist, Leute, wir können wegfahren. Ja. Manche BMW müssen wir stehen lassen. Ich rede mal rum. Da müssen wir der Formel in die Werkstatt fahren. Aber da brauchen wir nicht hinlaufen, Leute. Weil ich fährt zu weit, Leute. Also, ich finde es einfach schade. Ich finde, ich wollte eigentlich am Sonntag. Ich wollte jetzt mal Reiling fahren. An die Rebe. Und da wollte ich eigentlich geheime Videos geben, Leute. Weil ich habe euch versprochen. Da ist euch der BMW genauer Vorsteller. Wo ich euch das Logo zeige. Wo ich euch erkläre, was der Unterschied ist, zwischen gelb oder schwarz oder blau ist. Gefolge eigentlich machen, Leute. Aber wenn man gegen das Auto kaputt ist. Wie ich sage, die Pumpe können wir leider nicht losfahren. Ja. Weil wenn man losfährt, kann ja was passiert passieren. Das muss immer wirklich, Leute. Ja. Weil so wie man mit dem Auto, also der Pumpe mal mit. So stimmt man wirklich dann, Leute. Weil ich hätte auch andere aufgehen können. Und ich hätte auch zeigen können. Dass der Pumpe Feuer fallen tut, Leute. Weil ich habe mir keinen Bock gemacht. Die Feuerwehr rufen. Oder die TKW gewesen. Lass mich das Auto vor einfach stehen. So. Ähm. Ich würde mal sagen. Wir werden gerne Videos, Leute. Weil ich habe euch mal versucht gesagt. Genug gesagt. Bei mir macht die Tumpe gegangen. Leute. Ich hoffe euch habt ihr auf allem. Wenn ihr euch auf allem habt. Tippen dann mal oben. Wenn ihr euch auf allem habt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt. Folgt in den Videoschreiber. Punkt Nr. Und schreibt. Punkt Nr. Von Kili. Weil ich bitte. Geht in den Videoschreiber. Ich meine Kiko Kala. Von Kili. Weil ich bitte. Lagt noch ein paar Teile auf mir. Und kommt mit gern bei Marc. Und wenn ihr euch gut lern habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Biber. Aufmerksamkeit. junto mit Janese. Von Kili. Aufmerksamkeit.